Der zweite Fall ist, weil Sie in jede Sportart können Sie integrieren, können Sie Inklusion machen, können Sie alles machen. Sie können alt und jung zusammenbringen. Wir haben zum Beispiel in der D-U-Tagögnien. Der zweite Fall ist, weil Sie in jede Sportart können Sie integrieren, können Sie Inklusion machen, können Sie alles machen. Sie können alt und jung zusammenbringen. Wir haben zum Beispiel in der D-U-Tagögnien Kegelabteilung. alles so alt wie